ähm, Mellow Skin East da würde ich sagen ja, wir haben gleich schon den Marshmallow Skin wir haben auch schon die Spitzhack, wir haben auch hier schon den Spray wir haben auch schon hier den Tanz, es sind drei Tänzer, also einmal hier den einmal den jetzt sind wir bei dem, jetzt noch den jubeln also sehr, sehr cool und eben hier mein Chat rausfiltern no copy, weil es sind die Kindheit dran naja, ihr kennt mich eben äh, nee hier hier und hier no no copy, weil mein Freund lacht sich ganz schlapp halt in der ersten Zuschauer ja, das ist ein gehyptes Lied, das mache ich jetzt hier an das werden wir hier noch markieren, ne? wir sind die Mellow Army okay, komm okay, komm so Leute, wir sind gleich schon weiter runter ich habe gerade mal hier die FMG, das ist ein low aber jetzt mal hier die Kickswaffe ist, ne? mal hier kennst du dich mal hier kennst du dich also kann ich sagen, dass du mitmachst ähm, Leute, ich wollte mir dann, ähm, Freitagnacht zu mir machen wollen wir dann zu mir machen? wer ist das? wer bist du? äh, ich bin hier schon seit 8 Jahren in der Party hallo? ja, mein, wir sind wieder Spielchat sorry, dass Katja jetzt ganz weit im Chat aufgeblendet hat wir sind einfach wieder Spielchat gegangen wir müssen wahrscheinlich andere Freitagnacht, ähm, Teammates suchen oder halt, ja, was das halt da ist, ne? Freitagnacht hat jetzt nicht mal was der der alten Sieben ist davor ich finde es auf jeden Fall geil, dass wir ja die Turniere reingemacht haben dass es jetzt nicht mehr Training ist und dass es jetzt mal wirklich richtig ist ja moin, ich nehme einfach nur die Muni auf und keine Pamp äh, von wo die Axt ist, das ist vom Mellow, ähm, ähm, Mellow, äh, Quest da da musst du an verschiedenen Orten tanzen also einmal hier, also ich kann es euch mal hier voll wie viele Leute hier oben auf diesen, ähm, Schild da tanzen dann müsst ihr hier auf dem Cupcake hier tanzen und dann wo was noch, noch Greasy Grove hier tanzen und dann bekommt ihr die Mellow Axt für die Formation also eigentlich recht easy zu bekommen hat einfach nur was ähm, und übrigens, nein, diesen Tanzen müsst ihr hier tanzen also ihr müsst die erste Quest schon mal machen wo ihr in Planet Park hier landen müsst oder hingehen müsst einfach landen nicht also wirklich, ihr müsst es geht nur mit diesem Tanz hier zwar egal welcher Schritt aber das muss Mellow hier Stimmung sein da steht ja auch Tanze Mellow Stimmung Versreite Mellow Stimmung das soll sozusagen des Hypen weil jetzt, ähm Kevin, würdest du so nett sein den Arsch bitte in den Spielchiff zu bewegen danke ja moin ja, die sind doch hier noch mit anderen Leuten in der Party äh, komm mal kurz bei mir rein, Sonja ich bin einfach schon zufrieden, ich leine einfach nach gut gut, wir haben jetzt auch hier mal die Party verlassen wir stellen einfach eine neue Party weil das was die ganze Zeit der Weg wenn die dann einfach reinzwacken da wenn ich da was laber so, also ihr müsst diesen Tanz der ändert sich immer also jetzt nicht der hier sind es der und hier sind es der ne da einfach an den Orten tanzen dann dann ja vorhin hat der auch schon wir haben die das zusammen gemacht und er kann leider nicht reden Traurig, dass er dieses Mal nicht reden kann. Das ist echt traurig. Ja, Fett, Fett, Spack, bei ihm ein bisschen rum. Bitte, Sack, hier wird noch ungelootet, weil wir haben guten Loot für Nahkampf. Für Nahkampf, da können die Gegner ruhig kommen, aber jetzt wird es Tanz. Ich bin zweifelig stark. Aha, okay. Das ist jetzt mal ein regeiles Pem-Wasser. Stimmt, die Boxen eh nie mit. Kann ich ja auch eigentlich verbieten lassen. Fällt jetzt mal, baut da noch so eine Einrichtung ab. Obwohl man schon voll metzt ist, ne? Das ist so, wie so ein Tick. Also, das ist so. Ah, hier vielleicht ist es eine AR, eine blaue oder so. Wer kann den Trecker? Auf jeden Fall beste Waffe, jetzt im Nahkampf. Okay, ja. Ja. Drückt mir noch mehr Laser. Nicht mal die Möglichkeit mehr zu bauen. Ja, okay, das ist ein Fake-Notes-Gun. Alles klar, wie soll ich noch mehr Hits drücken? Ja. 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 Das Extendem. achtschlein ändern die Führung der Lebtkuchen wie natürlich mit auf der Lebtkuchen ein Wetter an die Schiffen abkommt immer der Nummer und nach dem Vorhaben hier sieht auch cool aus da sieht auch recht fäsch aus ja moin und die treten jetzt alle bei sagen, da gehen wir mal hier schnell Spielzeit Hallo? Hi Hi Das ist Freitagabend und ich mach grad einen Livestream Okay Jeder ist Stubehundern außer der 2 Let's go Hm, ich bezeig das auch Ich zähle ähh Lass dann mit Lexus spielen also später, weil wem? Nachher Äh, ich mein den anderen Äh, weil wir machen ein bisschen mit dem Clan Achso, du bist denn mit unserem Clan? Ja, ich bin noch eurem Clan Ja, ich bin noch eurem Clan Das ist ein Clan, Chaos bei dem Clan Natürlich ist Chaos bei dem Clan, was lauerts nicht Doch, letztes Mal, da, natürlich nicht Da wurden 8 Kills gemacht oder die 6 Ach wann Ach Hi Ich bin jetzt zu mir Aller Digga Ich hab' du Sub gegönnt Sub es beste Was meinst du mit Sub? Abonniert Ab Kein Schleichter Ach ja, wie findest du den Marshmallow Skin? Geht's so Ich könnt ihr mir kauft, wir haben 8000 V-Bucks Dankeschön Kaufst du dir den? Nee Wie viele V-Bucks hast du? 8000 Hä, hol dir den, der ist übel geil Ich durfte für 2 Monate nicht ausgeben Jetzt darf ich Jetzt darf ich richtig viel ausgeben Hol dir den, der ist ab'numal geil, der Skin Ich hoffe, wenn du so spielst, ist der ab'numal geil Schau' mal Schau' mal Schau' mal, hab ich Angst Ah ja, tanz bitte weiter, sonst weiter Nein Nein Ich hab nur Ich hab nur Ich hab nur Ich hab keine Pumpe unter Müllschuss Hier ist ne Pumpe, Maxi Erre Kann der reden? Ja, ich hab'n Zettel Zettel? Ja, ja Hi Hi Mach ab'n streamen Mein Freund kann nicht reden, der ist bei mir und sein Hattel ist abgesprochen Man kennt mich Die below Hattel Sehr bisschen Schabbat für dich Oh, Chibi 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 Also, wie keiner, wenn im Turnier gelandet ist, jeder Lass' dann Tilded Backen Ah, die man's Leidhormon Ja, fünf Oh, hier ist noch ein Jagdgewirr für jemanden Ja, ausführlich Jagdgewirr Gott, ich darf Ja, komm her Mhm, ich muss eben noch die Medikas holen Ja, liegt hier im kaputten Haus Mh, schon mal Ich hab' meine Meta an Alle schon fahren Ja, ich hab' jetzt schon Der Leo nervt zu entladen, ne? Der schreibt die ganze Zeit nur entladen Ich hab' die ganze Zeit nur entladen Soll ich dich hinzu? Äh, natürlich stimmt Der ist auch bei mir heute da Der spielt bei mir zu Hause Kann der uns verändern? Äh, ne? Kann der uns verändern? Äh, ne? Weil der ist auch Der, da hat er halt Der spielt direkt angeschlossen und bleibt auch stretch Also darf stretch eingestellt Hier ist leicht stretch Ja, überwie ist die Entstellung genau? Nö Wir haben einen Monitor Richtig krass, aber ich weiß, wie man das da einstellt Ich hab' einen 800 Euro Monitor Dann hab' ich auch Ich hab' jetzt auch Ich hab' jetzt zwei Zum einen hab' ich mein Chat Ja, Till, es hör' ich glaube, ich höre, komm mal her Ähm, Sebekribbel Kannst du mir vielleicht, äh, Luftballon geben? Nur ein Äh, er hat mir sogar zwei halten ich möchte sie mit euch die 20 punkte machen okay ab jetzt habe ich uns nicht ausgebildet ist auch mit anderen spielen können aber du bist mein plan ich weiß was du gut bist ich habe das war die aktive welt aber nicht mitgenommen ich finde marshmallow mit schwarzen dritter schild passt übel ich bin ich extrem oft jetzt das ist mein lieblings lieblicher wenn viele wieder angepasst kommt das ist kein musikal das gleiche adrian ich komme machen wir sorgen jetzt über dir habe ich ab normal der bürste mit meine okay ok im bahn voll das ist neben der raum also das ist alles freund stimmt da mit dem staub sauber da geht es aber jetzt nächste medikett noch mitnehmen ja moin adrian was suchst du mich an adrian hat für den bach bei mir geht nach geht aber mir unten klaus ja okay ja okay 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 bei nordwesten ist ein gegner mit meiner party ja können wir wenn du reinkommst geht jetzt über normal geht das über spiel chat hier werden wir bekommen bekommen ich habe schon einen fall da habe ich bestimmt aber trotzdem sind die gegner Tim he doing, genau Tim Tim ist unser Medi erstmal fail bei Bauen erstmal wieder fail bei Bauen genockt bei mir, Aftian ist mit Ok entnockte sind sie bei mir ist einer einer tot Ok, 6 Eliminierung, erster Punkt, easy Zebel, hier liegt Medikit Ah, man muss Was ist denn jetzt Aftian? Mach du ne Party, ich komm rein Junge, 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 Junge Alter Alter Leute, sorry, die jetzt gerade im Frühling dabei sind, das ist gerade Oha, wie schön das Das ist gerade so chaotisch da wir wollen über Party reden Adria, mach du Party Gut, Adria, hab ich schon eingeladen, jetzt geh mal da rein und dann sind wir fertig Adrian Adrian Wollt mich noch ein Minuten Adrian Hi Hi Aber jetzt haben wir als Baby nicht mehr Schau drauf Ich hab jetzt 5 Kills, lass, lass, komm, lass holen holen Ja, ich hab jetzt auch gesagt, wir machen das easy Wir machen das so easy wir machen das jetzt schon Wir haben das normal gute Türo Er hat einen Rift 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 Wer sind du? Karl, wer sind ein gutes Du? Ja, wir beide wir sollten mal Duo Popa Cup zusammen spielen Wir haben Karl zusammen zwei Teams genommen auch ob er in meiner kreis 1 1 für den ersten jahr gewählt wird geholt anbietern habe ich mal gemacht wenn du geholt hast aber da er wird wo ihr noch im gifte hat habe ich einen geholt ja du leckst so ein bisschen du bist auch abgedämpft ich steh nicht so auf dem dark house was da ist ein flugzeug ein hit im flugzeug blau ein hit im flugzeug blau okay ein full squad wir haben absoluter und die landen unten ja die landen bei diesen fight guck mal und gar nicht nur längst geile und bleibt der freige ich habe auch dann fest an achtung schiebt mit der sache schießt mit der werte die sniper kaputt wurde eingetragen ja scheiß kauf bald die mini ich sage nicht dass es nicht wert ist aber halten lassen einfach nicht nur damit ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich mir immer ich habe eine idee nein ich habe ich habe noch zwei jump pad ich habe auf die mir für uns gegeben haben ich bin jetzt abgehauen also ich komme wieder die sind alle komplett rein jetzt die kuchen darf wenn du ausgehst warum denn so egal komm lieb wir haben einen Punkt in einem Match alter Junge mit dem können wir nix machen Mordel versuchtschock Hach Adrian Okay lass mal machen Alter Zimson ist jetzt mal anstrengend Junge der scheiß ab und rein Alles können wir halt auch nicht machen Ich komm gleich wieder So was wenn sie so spitzhaft kurz sind Ihr hätt machen können, dass man ihn auch traurig machen könnte, das wär ja auch cool Darius Darius Alter mein Hund Mein Hund Okay bin wieder da Haus? Ja Ja Der Mann ist los mit der Lecklin Das war so dumm zu pushen Aber Tim kann ich mich mal ein bisschen mehr anstrengen Der scheiß absolut rein Der hatte halt Ich hab doch gesagt, die sollen auf Halgon bleiben Wir waren auf Halgon bis dann Push Tim und Sebi Äh Sebel einfach rein Indie hinein Sodass wir einfach mit pushen wollten Sonst werden die alle verreckt Ja das wollte Der Karte Wir würden das auch als du aus dem Squad 30 schwöre Ja aber Wenn das jetzt nicht so ein Schwitzer-Duo wäre wie das Ich hab den einen absolut gedrückt gehabt Aber ich war halt auch One-Shot Weil der mir hat ein Jack gewählt Und noch neuer Kuchenmann Der war wohl anhüllt Ja aber ich hatte ein Leben Kuchenmanns Blau und 200er gegeben Ja Okay Ein Marki kommt mit Einer mit Marco Kleider kommt mit Also ein Schwitzer Vermutlich Auch hat ein Golder Ballon Aber ich hab keine Waffe Und ich will sie Scheibenraum Hier ist keiner in dem Haus Glaubst du ihn noch auf Motions nicht fühlen Ja ne ich will Einfach so spontan machen Hast du Schneefall eigentlich? Ja ne ich schwitz ja eben da nicht so drauf Herr holt auf jeden Fall Für Skinsammlung Machen wir auch aber ich hab ja genug Zeit Ich hab Waffen mit denen ich mich auf jeden Fall wehren kann Aber halt noch nicht so ein Prickel Gute Ja wer wird tot Wird gefinished Ja Heal ist in dem Modus so gut wie unmöglich Ja das finde ich ja auch ein brenzlichen Literation finde ich man hier Aber da sag ich auch Ich würde ich auch machen Der war der Der hat Der hat Ich soll nicht so einfach rumstehen Ja der ist nicht gut so Der kann nicht oft spielen und deswegen hat er auch nicht Das krasseste Skill Deswegen nehme ich ihn immer ungern mit dem Turniere rein Weil ich da nie mit Digga Digga ich hafte den Team Ja er klaut mir die Prickel Das ist schon eine Weile Ach der noch Waffen Ja ich hab den kann graue Packs Ja wie kannte den Jungen alter Das ist halt mein Freund Das ist halt mein Freund Da sind wir leider ist er okay Aber ihn geht kann er mal Ja ne die haben Die haben Die haben Junge Die haben Die haben Seien Gott der hat Junge Ja 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 Er wohnet Wenn Tim sie uns nicht holt Die wohnet alle Wenn sie ihn nicht holt dann holen wir einen neuen rein okay Adrian hast du noch ein Was Hast du noch einen guten vom Clan oder irgendeine nur einladen kannst Ja Die auch schnell kommt Digga der Okay Lad ihn einstieg Tim raus Ja 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 Woll Ja Ja Yeah Ja Nein, 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 nein ... Du bei mir ein Junge und nicht alles umgehen ich habe mich nicht sehen herrlich Kiki die ganze Zeit wer ist das hier wer ist das hier reinkommen er will nur noch ein paar Minuten auch an der Strecke mehr ich mache ich in die Gruppenführung du bist bei mir jetzt abjahren und da ist niemand er kommt nicht mal genau machen es dann krieg du einfach Tim ok hast du irgendeinen guten der schnell reinkommen kann ja aber gut an ja bitte kommen haben um ihn ein Wundertum kommt nicht noch mal rein wenn der reinkommt dann jetzt laden mich so viele ein weil sie jetzt noch im Ziel mit Blick drauf sind das ist gut super und er hat noch wenige Drain und Schwarz und Ritter und so also wenn der reinkommt aber dessen ich glaube nicht leider auch ein paar ich habe auch die GmbH ein Ja, da ist halt ein Tim drin. Schnucki! Wow! Lass Spielchat, lass Spielchat. Hallo? Ja? Hi. Oha, du Spielchat. Kommst du rein? Kommst du Spielchat? Ja, nein, ich lach ein Party eigentlich. Okay. Ist der gut? Ich habe ihn eingeladen. Ist Schnucki gut? Nein. Nein. Hi. Macht alle bereit. Macht bereit. Adrian macht bereit. Oder warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, ich muss das verlieren. Ich bin sehr blatt verlaufen. Wo ist das, Lianer? Ja. 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 Leon? Wie spielst du mit? Jetzt nicht der Pass kommt. Mit Schädeltaus wollen wir's. Alle Klan. Sind alle im Klan? Komm rein, okay? Ja. Schnucki, bist du auch im TV-Klan? Ist die Klan? Nein, für nichts. Ich hab ihn nicht zurückgekickt. Warum wurde ich jetzt gekickt? Hallo. Hey, hörst du uns? Mach los. Ja, ich weiß, was ich bin. Ach so schön. Warte, bleib mal kurz raus, ich muss noch kurz was machen. Ja, wo kommt der der jetzt nicht? Warte, warte mal kurz mal raus. Warte, wenn der jetzt nicht hört dann... Dann kannst du nicht spielen. Ja? Kannst du jetzt bitte mal reinkommen? Kannst du... Kannst du... Nein, kann ich nicht, weil ich will mit Kaufbeu und dem anderen spielen. Kannst du... Komm jetzt doch bitte rein. Ich hab dich eingeladen. Komm, bitte auf Ehrenmann. Auf Ehrenmann, bitte. Nein, komm jetzt bitte. Nein, komm jetzt bitte. Ach, bitte. Nee, ey, Karl war so gut geworden, echt. Wir... Wir... Wir haben... Wir haben schon... Äh... 2.15 Uhr geholt. Ich mit 5 Kids. Chaos auch mit 5. Komm, du mit Kauf, okay? Nein! Doch, wir können kommen. Wir beide können kommen. Ja, wie viel... Wie... Wie... Das ist noch frei. 2. Was? 2.40? Ja. Warte mal. Oh, ne? Oh, okay. Okay, bye. Ab, Jan? Ey! Ja, goodbye, Karl. Es ist noch ein Platz frei. Die ist öffentlich. Ich kann nicht reinkommen. Du darfst nur einladen. Ich kann nicht rein. Oh, sorry. Bekommst du die Einladung? Ja. Jetzt habe ich eine von Seppel. Jetzt ist bei mir kein Name. Es wird voll streng. Okay. Ja, warte ich... Lass von Treset und dann wieder Part, weil... Ich will nicht den Back haben. Hallo? Es ist... Ja. Hallo? Leute, wir... Wir gehen jetzt wieder Party-Chat, weil... Ich habe immer diesen Back. Also wir gehen jetzt Party-Chat. Ja, kommst du. Kommts. Chaos kommt Party. Ich kommts, ihr Jungs. Es hat keine Bock zu spielen. Ja. Adria, lasst du Spiel-Chat bleiben. Ja, kurz bitte. Warte, ich sag's ihm. Ich sag's ihm. Adria, Spiel-Chat. Wenn du den Back hast, dann gehe ich Party. Wenn er den Back hat, habe ich gesagt, ich einfach Party. Aber er kommt jetzt erst mal Spiel-Chat. Sind wir alle auf dem TV-Clang jetzt? Und dann kommst du, ja? Hm? Ja. Robin! Ey, ey, wir gehen Shifty, weil... Wir freuen, weil die Route ist so... Und keiner Shifty lang im Turnier. Nicht Shifty, kommst bitte. Geh mal hier hin, bitte, Jungs, kommts. Hier ist besser. Oh, Playz-Mac ist gut, ja. Da müsst ihr auch wieder ewig vorne gehen. Hier ist Shifty. Oh. Also schon nicht. Nicht unbedingt. Ey. Wer ist morgen alles beim Live-Event dabei? Ewig vielleicht. Ist morgen der Zweite? Morgen. Um 20 Uhr. Ja. 20 Uhr, Playz-Mac. Glaubst du... Schreib mal bitte nicht zu deinem Mikro, Lea. So... Ich höre dich echt... Ich höre dich auch voll komisch. Glaubst du schlafen bitte die Bombe? Mit 20... 20 Punkte? Was? Vorhin hatte ich äh... Vorhin hatte ich äh... Jungs! Ich im... Motel, okay? Nein! Pleasant! 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 Er geht glühes Haus. Neben Wien. Okay, Auberson, krieg den Comments. Es ist ein Spiel. Chaos hat Kontinu sein Epic-Name. Äh... Ich kann mein... Playstation-Namen geht noch nicht, aber wenn es geht, nenne ich mich Chaos-TV. Passt. Ja. Beste. Äh... Keep in Indie und Equipment. Seid mal leise. Wir werden damit ohne Orientierung auf einer gelandet. Ich dachte, keine Ahnung, wo er landen soll. Okay, bei mir... Oh mein Gott! Keine Waffe! Keine Waffe! Keine Waffe! Keine Waffe! Ich hab einen! Ich hab keine Waffe! Hab auch einen! Oh mein Gott! Digga, was für ein... Was für ein fucking... Er hab eine Pistole! Er hab keine Waffe! Er hab keine Waffe! Er muss zuerst fucking... nach unten... ne Chatzone... Ich hab keine Waffe! Ich hab keine Waffe! Ich hab nur eine Pistole! Bei mir liegt ein Tech-Webel! Ja, ich nehm! Ich nehm! Oh mein Gott! Da war so ein Stück hinter meinem Kopf! Ach, hier ein modernes Haus! Los! Bitte komm zu mir! Da sind zwei Stück! Ja! Ich komme! 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 Sie pushen euch! Einer kann ich jetzt! Chaos hinter dir! Hä? Wie hinter mir? Was glaubst du denn? Hallo hinter dir, Chaos! Ich bin direkt hinter dir! Ja, ich hab doch gesagt! Modern! Hit! Halt! Alle geholt! Hol die Tector! Bitte! Ich... Ich bin im Tom! Oh, Deck! Wo bist du denn? Ich war auch gekommen! Ich wollte Pan! Ich hab nur einen! Ich hab nur einen! Ich hab nur einen! Ich hab nur einen! Also hier kommt ein... Da kannst du sie mir den gegen... Gehen! 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 Ja, da drüben! Da drüben! Gehen! Ich hab ich das Schlimmste! Die Jungsiger, wir sind gut ins Gott! Sorry, dass ich kein Kills gemacht habe! Einen Kill noch! Einen Kill noch! Dann haben wir's! Aber ich und Karl würden es auch ins Tool holen. Safe. Vor dem Haustieg. Ja! Letztens bin ich wirklich noch so schlecht. Ja eh. Aua! Was? Meine Zeit! Ja, da kommt euch Karl! Jungs, hilfst du mir, hilfst du mir! Da kommt noch welche aus von mir! Da kommt noch ein Pum. Es wollen Hitsen! Ich hab mal One-Hit! Digga, Lestos geiert! Die hat alles abgeiert! Die hat einen ab, er gönnt sich die neue Pum. Hat jemand ne Pum? Ich hab ne... Ey, gib mir nicht die Lestos! Hat jemand Pummonie, bitte? Ja! Du hast dir die neue Pum abgegeiert! Ich hab die nicht! 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 Er ist auch! Hat der Sniper-Munie? Hat der Sniper-Munie? Ja! Beste Squad halt! Ja! Und ich hab die nicht! Ich hab die nicht! Ich bleb... Wenn ich will, kann ich auch reinfetten! Tum'r alle reinfetten, komm's! was mache ich gerade jünger drei gegner beträgt drei habe ich geholt habe auch drei kind leute wie ab wie viel geht neun oder 98 oder 68 da ist die neuer palm drin 619 ein kill noch leute hier ist eine neue pump bei mir glaube ich hier war einfach in der ponte hier ist die kunde pump bei mir da wo wir kommen wer will eine neue problem als bisschen armoni robin 20 schuss hallo ja leute abgaben hat ein bug darf ich jetzt soll ich party hierbleiben oder rufen an und so bitte weil wir müssen zu viel zu sprechen können glaubt ja wie sie verbreitet wo ich die pump so ich ruf ihn jetzt an ja bitte kommen wenn danach können wir versprechen okay ja hast egal kommt kommt zu 20 punkte oder immer schwieriger ja wärst du eigentlich in echt peter peter ich habe ich mache übrigens ein live stream also dann nehme ich das alles um solche auf also bis jetzt immer kann oder ja nein nein wir müssen verständigen hört ihr abgaben ja okay gut wir müssen uns so verständigen wir müssen alle reden wir wollen jetzt machen wie sie dann kommt aber müssen am ende aufpassen das richtig gute ja ja also nicht mehr schreien also kommen ich habe selber ich habe selber nicht hier liegt ein bisschen bitte jungs bitte 40 mehr ach ja komm einfach spiel chat weil da kannst du es auch noch hören warte kurz ich komm da ähm komm spiel chat weil da kannst du es auch noch hören ich muss aufpassen man kann alles bearbeiten halt ihr kann bearbeiten okay ich hab noch zwei schuss meinem jakker wer jungs wir gehen ein bisschen kämpfen okay nicht nicht pushen zuviel ach doch 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 wir müssen jetzt versuchen ein paar kills auch zu machen weil wir brauchen nur noch ein kill wenn wir bei neun punkten äh bei neun kills kriegen wir wieder punkt vor noch ein kill leute aber schau dir am ende machen ist besser ja aber lass er suche jetzt noch irgendwie ein kill zu holen weil da haben wir schon mal zwei punkte aber schaub wenn man so top 5 kommen und ein kill machen haben wir vier punkte ist besser hat ich habe hier sogar die ja ich meine doch sicher nicht zeigte pushen und versuchen zum beispiel so sniper da er hat ja gibt der pastiger passt luther pierson ist richtig scheiße das beobachten das beobachten so ein bisschen da ganz fähig ja gut aber lass es mal beobachten aber auch passen sind zu sehr gutes spiel auch ja hier sind natürlich letztes befindest du eine marshmallow mitgekommen warte japan die konntest du biet köln ihr habt ja nur fünf ich habe aber ich habe ich habe abgab ich habe marshmallow ich habe sich auch wenig wie auch ich habe 20 889 da kommt zu mir robin scheiß drauf los kommt zu mir ich gebe ein bisschen also ich noch genuten er hat ein jump hat so leute vom kostet ist unser mitglied bin ich ehrlich bin ich wirklich das schlecht weil ich habe auch viele von gotter zu sagen nein 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 jene braucht du bist reißte was verschwindet er hat er ist der europa und spaßiger das hat sie der scheiße auch wenn die bessere sind er wird die scheiße ich habe ich habe gesagt ich bin ich habe gesagt ich bin ich bin ich bin ich bin ich Okay, lasst versuch uns alles rauszuschießen. Nicht pushen. Nicht pushen, ja. Schwass. Da. Knifeln? Bei O, S, O, Zuzica. Auf welch, von der Weite, von der Weite. Nicht. Von der Weite. Auf 1160. Ja, wo ihr alle hinschießen müsst. Es gibt noch einen Squat. Voll, Solo, voll. Ein hat es neu gekriegt. Der eine hat kein Schild mehr. Fuck! Ich geh' die Jump-Head. Zack, sieh' nicht aus. Hä? Wie? Hab' ein. Hab' ein. Zack, sieh' nicht. Baust du vor mich? Danke. Hier mich. Hab dich hier, wir schießen hier. Hauptmatch. Oh, ich war so schlecht für mich. mein k jungen meine eliminierung hat jemand von der weite was ich baue ich baue bei mir ist ein marschbett ich bin doch ich bin doch nicht Jungs, wir sind gut los Ey, komm mal, letztes auf den 3, wo man hat kass Wann gibt es wieder Punkte? bei 10 näher hätten wir schon wir haben jetzt 11 der ist absolut gut der hat mich auch geholt nicht sonst voller laufe juli und er hat alleine noch 0 er hat alleine neun kälte sollte machen und erstes match direkt zwei punkte noch bett kam warum ja weil ich hier reden kann ach so ja und tun denn mit dem Markt der Welt ist auch als du hast du ein Sparks fährt ich bin das denn jetzt und ich kann ich habe mir Ich gehe mal auf Blitzung. Oh. Oh. So Leute. 50 gerade schon und ob es ist schon wieder der gleiche stimmkompon als ob der jetzt direkt gestorben ist und direkt wieder bei uns wieder bleiben ich gebe die grünes haus ja viele ich will jetzt voll viele hier die marschmallows gehen ich gehe das haus hier bei mir ich gehe modern ich schaue direkt ab neben ich gehe also sind hier wenig oh mein gott sind hier wenig zwei leute vielleicht nein das ist one shot ok wir sind auch welche noch ganz viele noch einer bei mir es ist kauf an in kauf Hallo, ich hab 80 Leben-Chaos. Obwohl ich gerade gegen ihn würde. Weil du gerade einen gekillt hast. Kannst du bitte meine Kiste lassen? Danke dafür. Ja, trink den Biggie! Hier, hier. Danke. Haha, Fettie. Komm, trink den Biggie. Ich geb ihm auf jeden Fall keinen Biggie. Nein. Lebe! Ich hab gerade zwei Krüs. Ich hab gerade vier unter Pink. Leute, drei Kills noch und dann ist der nächste Punkt da. Du doch! Leute, komm, pushen! Er hat zwei einen Fizz gerät. Okay. Er hat ein paar Bits von mir. Ich glaub, er hat sich nicht hilft. Aus der Tasche. Ja! Ich komm jetzt zuerst durch. F1-Hit, 1-Hit, 1-Hit, 1-Hit! 1-Hit! F1-Hit! F1-Hit! Hallo, bist du hier? Oh, nice! Und Adria macht sich gleich wieder so den Mutlauf. Ja, aha! Ja, Mann! Egal! Geht's auf Platzierung! Auf Mutistolen! Geht's auf Platzierung, okay? Sorry, ich hab auch Robin zwei Punkte gemacht. Okay, vier Kills, Leute! Hat wer ein bisschen Pump-Money? Ich hab vier Schuss. Kaus, komm her! Heavyschleiber! Jetzt geht's los hier! Ne, Heavyschleiber! Hat wer ein bisschen Pump-Money? Ich hab vier Schuss noch. Geht's her! Kaus, komm her! Geht's auf Platzierung, okay? Nein, Junge! Lass doch jetzt mal machen, wie sie es wollen. Wir gehen jetzt hier ein bisschen auf die Kelle. Wir wollen jetzt auch mal hier durchspunkte. Ja, ihr gemacht's. Okay, passt. Wenn dir, Kaus, hier für dich. Hast du ein bisschen Pump-Money? Abgehend, ich hab vier Schuss. Zum Schießen, oder? Ja, ich hab auch noch vier. Ich hab auch noch vier. Ich hab auch noch vier, wirklich. Okay. Wir machen jetzt hier noch zwei Kills, und dann gehen wir wieder safe in. Digga! Hat jemand Sliver-Money auf Ehre? Ich hab 13. Nö. Ich hab selber Sniper-Money. Robin, kannst du mir Sliver-Money geben? Nö. Warum? Ich hab keinen Haupt. Ich hab einen Pump. Ich hab ihm jetzt in den Mund. Warum ist der sympathischer, im Clan? Ich hab auch. Naja. Ich mag ihn richtig. Bitte, ich bin eine gute Waffe. Ja, brauchst du eine Pump, Robin? Oh, ja. Ja, dann kommst du mir. Entfernt euch. Entfernt euch. Ich hab euch. wieder ja mit dem volk das wort noch zwei tipps oder und nachher haben wir den dritten punkt ja machen wir auch der modus normal flugzeug die sind gelandet sind auch her dass wir noch herrschen aus wo ich sie kommt mehr im netz habe ich am start ich habe 500 530 gegen die gegner was kein haus fliegt ein flugzeug ok erst abgeschoben hast gestiegen hier sieht man nicht mehr ganz weit weg ich hab ja auch ein flugzeug wenn ich back hab ruhig nicht an chaos wenn wir angeschossen werden dann ich will nicht fahren ich will nicht fahren er kommt mal wieder runter bitte ich bin jetzt komm her ja kommt runter ich will mich hin um die pampen wenn du mich ab in der weg gelandet dann abholten auf die fahrt sich der pg-monie warte dann gibt es der pg-monie rpg-monie hier rpg-monie hier rpg-monie ich will nicht fliegen amk ja da weißt du was so fliege ich aber wenn uns angeschossen wird dann lass rausstehen da gibt kein bock auf ein 50er der mensch aber nur wenn das flugzeug los ist gegner von da ist das noch ein flugzeug dann fielte jetzt in welche was geschehen er weiß aber auch von meyer jetzt bei mir ja schießt mich runter. Robin, hirr mich. Robin, hirr mich. Robin, hirr mich. Robin, hirr mich. Robin, hirr mich doch. Robin, Junge, wir haben jetzt so viel Zeit verloren. Junge, was machst du? Hier doch. Junge, zum Glück habe ich ihn gerade gehielt. Zum Glück habe ich sich gerade angefangen. Hat jetzt jemand Snipermoen? Ich habe noch, ich habe noch, ich habe, ich habe, ich habe noch, ich weiß noch. Der ist echt für die kompetenz. Kommt. Hat jemand Snipermoen? Hallo, kann mir jemand Snipermoen gegeben? Ich habe doch selbst nicht viel. Hallo. Hörst du, mach du. Aber die hat uns das um die Geburtstag heisst Krasboi, nimmt von Robin Verbinder Er zählt im Stück Robin gegen den Bruch für Banzer Schrei doch nicht, Robin Verbinder! Schrei doch nicht so, Junge! Robin, hast du's weiterhoben? Nö Ehre Das war der letzte Richtung nicht, der ich schwöre Hat wer ein paar Mets? Äh, 400, 315, 180 Ich hab grad mal 300, ne 400 Da liegt ne, diegelfehen machen Gegner, Gegner Ich neuskobie, ich neuskobie, auf Ehre Nein, Junge, der ist gut Das weißt du nicht nur, weil er baut Hast du zu decken? Ha? Ja, oder? Ja, oder nein? Er hat noch geblanchter Hör Oh, das geht nicht mehr weiter Ega Wo bin ich? Hm, und du willst snowskopen Ja Ich hab' ich mir so gesagt, ich hab' ich nicht mehr Oh, ey So Wieso hast du mit, ähm Da hol' ich wenigstens zwei Kills, wenn du das kannst Der eine hat'n 74er Hau' du nicht ab Hol' wenigstens zwei Leute warte Ich hab' mal Was ist denn mit dem in der Bauch? Ich hab' ja In der Bauch Oh mein gott, was machst du denn? Alter Alter Dieser Adel ist ein Stoßschützer, mit Zöpfung ist ein Stoßschützer. Eidem Zerfalter. Wollen wir noch spielen? Nein, Junge, da gehen die Punkte verloren. Wie mach ich? Dann, weil ich. Robin, was ist denn los? Jetzt warst du auf dem Karten. So. Was machst du? Jetzt auf den Karten. Okay. Ich bin kein Pflätschen. Ich bin kein Pflätschen. Ich bin kein Pflätschen. Ich bin kein Pflätschen. Bis zum nächsten Mal.